Kennst du das? Manchmal hast du den Eindruck, du solltest irgendetwas Besonderes tun, was vielleicht ein bisschen verrückt zu sein scheint oder irgendwie ein bisschen dir mulmig vorkommt und du lässt es sein. Ich glaube, dass es manchmal Dinge sind, die der Heilige Geist möchte, dass wir tun und er gibt uns eine Intention und es ist oft besser, wenn wir dieser Folge leisten. Vielleicht ist es der Eindruck, ruf doch jetzt mal diesen oder jenen an, schreib doch mal einen Brief, bring eine Sache, die du längst klären solltest, in Ordnung, bereinige das, vergib jemand oder bitte jemand um Vergebung und so weiter und so weiter. Es gibt die erstaunlichsten Geschichten im Leib Christi, wo Menschen einfach auf solch einen inneren Impuls reagiert haben und die wunderbarsten Dinge dabei geschehen sind. Ich habe eine Geschichte gefunden, die mich wirklich fasziniert hat. Das ist schon einige Jahre her, da war eine Familie, eine größere, in Urlaub in Florida und nachts um zwei hat die mitreisende Oma also einen ganz starken inneren Eindruck und sie trommelt die ganze Familie zusammen und sagt, wir müssen jetzt etwas machen. Gott hat mir einen Auftrag gegeben und die Kinder und alle, die dabei sind, die setzen sich zusammen und schreiben Bibelstellen auf, vier Bibelstellen, die der Herr ihr gegeben hat, schreiben Bibelstellen auf, auf 200 Zettel, rollen die zusammen und tun die in leere Cola-Flaschen, Glasflaschen hinein, verkorken die und am nächsten Morgen werfen sie 200 solche Flaschenpostflaschen mit diesen Bibelfersen ins Meer. Und über die Jahre gab es erstaunliche Rückmeldungen, wo Menschen sich also an diese Familie gewandt haben, die Adresse stand drauf auf dem Zettel, und berichtet haben, was sie Erstaunliches erlebt haben damit. Irgendwann starb die Oma und wenige Monate darauf kam ein wirklich interessantes Schreiben. Da heißt es, Prediger 9, Vers 4 Ich ging nach Hause, ich las meine Bibel und danke nun Gott. Bitte beten Sie für uns, aber wir werden es jetzt schaffen. Gott segne Sie und die Iren. Eine Farm in Ohio. Jahre später, tausende von Kilometern entfernt, obwohl sie das ins Meer geworfen haben, irgendwo in einem kleinen Fluss im Landesinneren, tauchte eine Cola-Flasche auf. Diese Cola-Flasche war lebensrettend für die Frau und letztlich für die ganze Familie. Welch ein mächtiges Zeugnis. Was wäre, wenn diese Oma einfach gesagt hätte, naja, schlecht geträumt nachts, ich drehe mich auf die andere Seite und schlafe weiter. Ich möchte dich einfach motivieren. Wenn du manchmal einen eigentümlichen Impuls hast und du merkst, da könnte etwas Gutes dabei sein, wenn du merkst, das ist vom Herrn, gib doch dem einfach mal Raum, was hast du zu verlieren. Aber vielleicht rettest du ein Menschenleben. Ich glaube, Gott möchte dich wirklich noch mehr gebrauchen, denn er hat mehr für dich.